Sooo, meine Freunde, es geht weiter hier im Let's Play Final Fantasy X Wow, wie geht das denn kämpfen los hier? Zack Ja, stirbt den Köpfe Zack Und alle bekauen Kein Deal Ach ja Sooo, komm hier hin Zanarkind ist auf der anderen Seite, du kennst du? Ich weiß Yuni wird die finalen A an, du kennst Ich weiß Ich, uh, still haven't thought of anything Me neither What are we gonna do? We'll do something We just don't know enough yet Until we do, we really can't help Yuna Let's go to Zanarkind We'll find something there It'll all come together I know it Hey Just now Well, you sounded like a leader, you know Star of the Zanarkind Abes Didn't anyone tell you Didn't anyone tell you? Ah-ha Huh? Ah The son of Jekt Riku, run ahead and tell Oren You are not fighting him alone Just go, go Now is your time to die Prepare yourself, son of Jekt Not if I can help it Save some for Kimari Lady Yuna, it is a pleasure Yuna Ascending So soon Allow me to say something to the last Rancor before I leave Yours was Truly a gallant race They threw themselves at me To bar my path One After another No Kimari You could end the suffering of this poor Rancor I don't understand you Allow Kimari to die And release him from his pain Spira Spira Is a land of suffering and sorrow Caught in a spiral of death To destroy To heal Spira I will become sin Yes Yes With your help Come with me Yuna Once I have become the next sinner Your father Your father will be freed again Was Zur Hölle Was ist denn Nicht schon Was ist Holy shit Warte mal So Geht das Ab 70.000 HP Es ist nicht so Was er jetzt gemacht hat Ich bin nämlich Zum Gegeben Da Macht er nämlich Erzengel Und Dann stippern Nämlich Direkt Sofort Was überhaupt nicht Cool ist Oh Super Nehmen wir eben Lely Yuna Weiß Magie Anti Sitz Ne Was Das Mit Sand Schatz Kann ich Eigentlich Mit Milika Das Heilen Nein Nicht Geht also Echt Nur Mit Bei Wasser Oh Flair Oh shit Holy Mother Oh Gott Ah fuck you Ah fuck, nur drei Angriffe Ich wechsle den mal aus Kann Rico vielleicht das Clown Alexiert zumindest Naja, egal Find Tick Simo observiert die Lage Soll das denn bedeuten Ach fuck, sie können ja gar nicht zaubern Wegen der Flick Ja Hätte ich fast Zauber drauf gemacht und nicht mehr Storben wahrscheinlich Waske habe ich halt schon Und die einfach zaubern Oh shit Oh Wow Damit habe ich aber nicht gerechnet Wenn ich ehrlich bin Oh Gott, hat er schlecht So, dann geht's mal weiter hier Scheiß Machen wir das nochmal So, ich meine, diese blöde Dingenset immer kommen muss Schon nervig Muss mich direkt heilen Bei Wasser Bei Wasser In Salto In Salto Okay Warte, Brotis Da war ja was So, stirb Blöde Sau Wieso sterbe ich eher? So So Wollen wir gucken Wir holen jetzt mal alle unsere Feindticks raus Ich glaube mein Geruch geht nicht helfen Das auch nicht War ich das? Hm Wo macht der Reflekt 24.000 24.000 Okay Ich muss nochmal ein Lula ran Das ist einfach so nett Das ist einfach so nett Das ist einfach so nett Gut So Oh, jetzt ist es bereit für Spezialmagie Nicht so gut das eingehauen 5.992 2.500 nur noch Ja, bevor er wieder unsere Truppe vernichtet, hole ich lieber eine Bestia. Gnadenstoß Also, okay, es geht also nicht, ja, es geht. Hat er sich endgültig aufgelöst? Ich hoffe noch. Ich glaube, er hat ja alle Ronsos getötet, ne? Ich weiß nicht, wie ich das verstanden habe.